So, direkt auch wieder da und was ich nämlich machen wollte ist ein Advanced, da Advanced Bildschirme. Die sind etwas teuer, das muss ich dazu sagen, Goldkabel und so Carbonplatten sind etwas teuer dafür, aber es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich vom Aufbau her. So, was macht er denn? Kupfer hat er da schon mal ein bisschen und so Kupfer schmeiße ich, keine Ahnung, wo er das hinschmeißt, wo er ihn geschmissen hat, sehe ich gerade nicht. Carbonplatten, habe ich da noch nicht vier Stück. Brauche ich denn, ne, da brauche ich eine für, okay, zwei, kann ich noch welche machen. Dann haben wir noch mal Carbonplatten. Carbonbolts. Das rohe Gewebe hier, so. Schmeiß rein, mach fertig. Hast ja Zeit, so. Ah, das passt auch alles. Die Gierungen können rein. Jetzt war es noch Goldkabel. Gut, auch zwölf Stück, kann ich auch nichts gegen machen. Zwei Stück davon. Braucht er denn auch welche? Nein. Ich brauche aber nur noch ein davon. Staub. Lapis. Und Whetstone. Ein davon. Leimgrün, habe ich hier drüben hoffentlich noch, oder? Habe ich nicht. Leimgrün. Auch nicht. Boah, wo bekomme ich Leimgrün her? Hm. Ich will hoffen, dass ich noch da hinten was habe. Flitze ich mal eben schnell hin. Dann kann ich auch die restlichen Diamanten und so was mitnehmen. Hatte ich ja auch nicht mitgenommen. Und die ganzen, äh, die Feuerbälle, die könnte ich irgendwie auch da hinten lassen, falls ich mal wieder so ein bisschen experimentiere, etc. Kann ja mal vorkommen. So, das ist der für ein Duell. Aber dauert zu lange. Da brauche ich irgendwie eine Schaufel oder sowas. Dass das schneller weggeht. Tausend von Schmetterlingen hier. Aber die fange ich auch nicht alle ein. Die können euch alle da bleiben. Die stören mich auch gar nicht hier. Die können auch irgendwie die Bäume hier noch besträuben oder sowas. Wenn sie da zu lustig sind. Ich gucke gerade mal so mit dem Auge hier so drüber. ob er vielleicht irgendwas schon gemacht hätte. Ne. Man weiß, also ich weiß auf jeden Fall, dass die, äh, Schmetterlinge das gleiche machen wie Bienen. Nur bei denen dauert das etwas länger. Aber wenn man genug Schmetterlinge hat, läuft das ganz gut. Ich will nämlich schon mal ausprobieren. So. Schauen wir mal, habe ich denn irgendwo noch Farben gehabt, ey? Das hoffe ich. Ah, da, Farben. Gute Sache. Ah, jetzt kommen mir nämlich noch ein paar Sachen entgegen. Nehmen wir gleich alles mit. Da, Dias. Die können wir schon mal mitten im Glowstone hier. Zöck. Die Goldnackets. Ach, die können wir jetzt hier bleiben. Feuerbälle, Raketen, noch ein paar einzelne. Äh, hier, das nehmen wir auch noch mit. Und, die, passt das erst. Um schneller hinzukommen und hier nicht lange zu trödeln, machen wir einfach so, Teleport und zu Hause. Die können ja alle rein. So, wo macht der jetzt die Kupferdinger hin? Oder die noch gar nicht fertig? Ne, mach das noch gar nicht fertig. Das andere kommt noch. Das andere kommt hier noch. Das, 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 das weg. Jetzt, wobei ich stehengegeben bin. Genau hier. Panels. Carbonplatten, Gewebe. Und allein grüne Farbe. Soll es doch nicht da rein. Einmal den. Jetzt brauchen wir noch davon welche. Kriege ich auch nur zwei raus. Bräuchte ich mehr. Bräuchte ich definitiv mehr. Jetzt habe ich denn zwei, drei, drei Stück, glaube ich, ne? Drei Stück, die ich bräuchte. Okay, wir werden nämlich gucken gerade. Oh, die Sonne geht nämlich auch schon wieder unter. Du kannst nur nachts schlafen, weil wenn ich jetzt nicht schlafen gehe, ja, jetzt. Jetzt geht's. Wenn ich nämlich nicht schlafen gehe, geht da hinten kein Strom rein. Jetzt kommt da wieder Strom drauf. Super. Ast rein. Goldkabel brauche ich noch. Oh, nochmal zwölf Stück hier. Einmal Dankeschön. Ne, da reicht eins. Zuck, 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 zuck. Ein Bildschirm noch. So. Nun brauchen wir noch Kits. Kit. Einmal ein Remote Kit. Da brauchen wir zwei Stück von. Da weiß ich das nämlich ungefähr noch, das Rezept auswendig, aber dafür brauche ich wieder hier von den Kupfersachen wieder. Ich hätte da Kupfer, aber was macht er jetzt da unten? Habe ich auch nicht mehr so viele von. Ach, okay, 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 okay. Geht das nicht auch so? Ne. Das kann er hier nicht, ne? Das ist natürlich klar gewesen. Kupfer. Na, nochmal sechs Stück. Jetzt muss ich mal da zum Wabber schalten. Ja, gut. Zuck, zack, zack. Und das wie Feindeisen wieder. Ich brauche einen dafür. Einen dafür. Das heißt, schon mal zwei. Da brauche ich schon mal vier. Und Energy Kit. Brauche ich fünfe. Sechse. Sechs. Jetzt brauche ich noch vier Kabel. Ich glaube, hier war das, ne? Genau, vier Kabel. Eins davon. Und Glowstone. Staub. Da ist er. Einmal Messgerät. Dann brauche ich hier Glowstone. Das Ding dahin. Das wird nämlich, glaube ich, jetzt das Thermometer, wenn ich jetzt richtig mache. Ne, sowas. Ne. So auch nicht. Wie ging es denn? Ach, nur mit. So ging es. Okay. Einmal ein Thermometer. Jetzt habe ich natürlich keins mehr noch da. Dankeschön. Zwar noch vier von den Dingern hier. Von den Frequency Transmittern. Eins, zwei, drei, vier. Papier, 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 Papier. Egal, wir haben Bambus. Noch ein bisschen Papier. Zack, rein damit. Papier, so. Ein Remote. Ein Remote. Eins davon. Das da rein. Das da rein. Zwei Remotes. Und nun, na, wo ist es denn? Das Thermo, ah ne, das Energy Kit, ne? Genau, das Ding brauche ich. Das EU wieder, heißt er doch. Da. Nein. Da. Dankeschön. Das kann weg, die Goldkabel können weg, die Farben können hier rüber. Brauche ich sowieso ab und zu mal grün und, äh, hellgrün auf jeden Fall. Leimgrün ist das ja. Nun. Energy Kit nehmen. Laufen wir, 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 laufen wir. Na, jetzt wird, glaube ich, komm, es dann entgegenkommen, oder? Nichts passiert. Alles klar, ich dachte schon, da ist irgendwas. So, den lokalieren visieren wir. Und jetzt ist das Portal hier im Weg. Da, ich muss nochmal da hin. Und nun. Den da hin. Jetzt habe ich doch noch Teacolz hier. Oder tue ich den einen rüber? Bestimmt auch besser aus. Da oben ist das Ding, alles klar. Doch, so können wir es lassen. Wenn wir dann sagen, wir gehen hier rüber, ist alles okay. Doch, so können wir es ruhig lassen hier in der Ecke. Da war das. So, hier können wir mit anmachen. Jetzt ist er nämlich schon an. Und hier kommen jetzt die ganzen Dinger rein. Momentan ist ja nur das hier. Und der schwankt immer. Energy 106. Und das ist jetzt die MFE. Oh, jetzt hat er wieder alles gelöscht. M-F-E. M-F-E. Warum löscht er denn bei F? Wo macht er das denn? Äh, Steuerung. Was ist denn F für eine Taste? Blub, 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 blub. Hier ist nichts besonderes F. Naja, ist jetzt gerade auch egal. Wir können jetzt noch das hier machen. Wir können hier Farben umstellen. So. Hey, warum kann er das denn nicht machen? Warum löscht er das? Muss ich gleich mal gucken, ob er irgendwie was falsch gemacht hat. Und hiermit können wir was Geiles einstellen. Wenn wir mal hier gucken. Können wir den ganz an der Wand... Ach ja. Bräuchte das gar nicht hier. Den können wir durch ziemlich nahe eine Wand anpressen hier. So. Und da werden wir jetzt hier... Das ist noch ein bisschen oben hinten. Was glaube ich auch besser aussieht. Tun wir den mal hier hin. Tun den hier hin. Sagen jetzt ganz flach an der Wand. Habe ich jetzt richtig rum? Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Wie war das denn nochmal? Oder so? Nein. Nein. So ist er glaube ich schräg, ne? Oder war es so rum? Ne, so guckt er nach unten. So ist richtig so. Und dann machen wir hier zwei drauf. Ah ja, jetzt können wir... Jetzt ist er ein bisschen schräger. Das heißt, wenn ich den jetzt hier ein bisschen wieder hoch mache, jetzt müsste er noch schräger werden. Genau. So ist das doch geil. Und dann können wir das hier reinschmeißen. Ah, beruhigt sich immer noch nicht. Komisch. Naja, werde ich ja gleich sehen, was da los ist. Energy, Stowage. Das zeigt ja jetzt nämlich schon mal alles an. Und das kann nämlich dann auch super laufen. Sage ich euch, das läuft wirklich super. Muss ich nur richtig beschriften. Ja, mit dem W ist das natürlich ein bisschen blöd. Gut. Das hätten wir nämlich auch schon. Gut, dann werde ich... Äh... Das Atomkraftwerk... Ist es nicht teuer? Wir können mal eben nachgucken nochmal. Ich werde ein paar Kits erstellen, beziehungsweise Setups, kleine. Und werde da schon mal das Atomkraftwerk hinsetzen, damit das halt alles laufen kann. Also ist nicht teuer. Generator, hier so ein Kammerkern. Die muss ich einfach nur in den Kompressor reinpacken, in die Kupferplatten. Das ist ja nicht so das Schlimme. Aber was hier so teuer ist, ist glaube ich die ganzen Upgrades, die hier dann hinter sind. Aber die mache ich da mit euch rein. Also das werde ich hier verkaufen, dass es schon mal ein bisschen laufen kann. Und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge. Bis gleich. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020